Hilft das Dermasel Totesmeer Badesalz dabei, die Entzündungen deiner Schuppenflechte zu verbessern, das Hautbild zu verbessern, die Schuppungen ein Stück weit zurückzunehmen, Entzündungen runterzufahren und so weiter und so fort? Darauf möchte ich heute mit dir eingehen und ich kann es gleich vorneweg sagen, das Totesmeer Badesalz, das ich damals auch selbst genommen habe, um so ein bisschen die Symptome meiner Schuppenflechte in den Griff zu bekommen, Das hilft tatsächlich dabei, die Rötungen, den Juckreiz und auch diese Schwellungen zurückzunehmen und zwar gibt es einfach ein paar Mineralien, die enthalten sind in dem Totenmeer Badesalz, mehr oder weniger, das sind unter anderem Magnesium, aber auch sowas wie Calcium zum Beispiel, da ist auch ein Stoff drin, den nennt man Bromid Und bei den Entzündungen auf deiner Haut, da ist in letzter Konsequenz, ist hier einfach ein Stück weit so ein sogenannter Botenstoff oder ein Hormon vorzufinden auf deiner Haut und das nennt man Histamin Histamin, das verstärkt einfach nochmal den Juckreiz, das bedeutet in irgendeiner Form hast du vielleicht vorher noch irgendetwas gegessen, von dem du nicht wirklich weißt, ob du es verträgst, ob du vielleicht eine gewisse Allergie darauf hast, denn jeder reagiert ja unterschiedlich bei einer Allergie Das fängt ja an bei Klassikern wie zum Beispiel Halsbrennen, Halsjucken, Halskratzen, Augenkratzen, verstopfte Nase und so weiter und so fort und vielleicht ist es bei dir einfach so, dass du einen verstärkten Juckreiz hast, der die Schuppenflechte an sich, den Juckreiz an sich, diese Entzündung, die da letzten Endes vorliegt, mit weiter verstärkt Du hast ja bei einer Schuppenflechte an sich eine Autoimmunerkrankung, bei der es dauerhaft zu einer Ausschüttung von Entzündungen kommt und das passiert einfach in deinem Immunsystem, weil es ja fehlgeleitet ist Bekanntermaßen ist es so, dass Autoimmunerkrankungen permanent Entzündungen anfachen und die kann man Stand heute leider nicht stoppen, also zumindest nicht, was jetzt so naturheilkundliche Verfahren angeht Man kann sinnbildlich gesehen einfach einen Topf drauflegen, auf diesen überkochenden Topf und die Symptome verbessern sich Um jetzt nochmal zurückzukommen auf dieses Dermasell, totes Meerbadesalz, man findet einfach gewisse Entzündungen in offenen Hautstellen und das hat ein Stück weit etwas zu tun mit den sogenannten Mastzellen, die schütten dieses Histamin aus Und das führt zu diesem Juckreiz auf deinen offenen Stellen, auf den Plaques, die sich ja bilden, auf diesen Rötungen, auf den Schwellungen und so weiter Und sowas wie zum Beispiel Magnesium oder Calcium, das trägt einfach dazu bei, dass sich die Haut beruhigt, dass die Schwellung zurückgeht, dass diese Schuppenbildung sich beruhigt Und je öfter du das machst, desto besser hilft das dabei, das heißt du musst eigentlich am Ball bleiben So gesehen ist es eine, ich sage mal, einfache und unkomplizierte Möglichkeit, um zumindest die Symptome deiner Schuppenflechte ein Stück weit runter zu reduzieren Weil jetzt kommen wir auch der Frage ein Stück weit näher, ob Dermasell, totes Meerbadesalz oder auch andere Badesalze in der Hinsicht helfen Eine Sache möchte ich diesem Produkt auf jeden Fall zusprechen, also ich bin in keiner Form irgendwie involviert, was jetzt die Empfehlung davon angeht Ich bekomme keine Bezahlung dafür, ich werde in keiner Form dafür extra vergütet, du wirst auch keinen Link unterhalb dieses Videos finden, Affiliate Link oder sowas Ich finde es nur relativ gut, ich habe es damals selbst genommen, also eine 500 Gramm Packung bei mir in der Apotheke waren so um die 2,50 Euro Und da sind halt keinerlei Chemikalien enthalten, wie du es halt vorfindest bei anderen vielen Pflegeprodukten auch Dazu blende ich dir gerne mal hier die Infokarte ein, da kannst du dir mal gleich, wenn du speziell etwas zu ölhaltigen oder pflegehaltigen Pflegecremes und sowas wissen willst, gerne da gleich was anschauen Ansonsten ist es halt eine sehr zeitaufwendige Geschichte, was so Vollbäder und sowas angeht Weil du halt jedes Mal ein Vollbad einlassen musst, es dauert halt und dann legst du dich da abends rein nach einem stressigen Tag Und es hat auch viele, viele andere Vorteile für uns Leute mit Schuppenflechte, weil du ja auch Stress runterreduzierst Du legst dich ins schöne warme Vollbad, wenn du ein Freund davon bist, ich war eigentlich nie ein Freund davon, ich habe es dann im Laufe der Zeit für mich entdeckt Also zwangsläufig durch die Schuppenflechte, die ich damals hatte Und so habe ich dann gemerkt, oh das ist eigentlich ganz angenehm Es ging nur, weil ich dann wirklich so versucht habe, alle zwei bis drei Tage ein Vollbad zu nehmen, irgendwann massiv in den Geldbeutel Weil wenn du dann irgendwo bei 10, 15, 20 Vollbädern bist im Monat und das dann mal 2,50 Euro, dann kannst du hochrechnen, wie teuer das werden kann Klar, ich bin irgendwann mal noch umgestiegen auf ein Steinsalz oder sowas, da habe ich mir mal so einen 10 Kilo Eimer nach Hause bestellt Aber auch der ist relativ schnell aufgebraucht und der Rattenschwanz an weiteren Maßnahmen, die notwendig sind Damit dann quasi dieser Effekt auch möglichst lange erhalten bleibt, der ist ziemlich lang, weil du dich danach eincremen sollst Und ich habe es dann auch oft so gemacht, weil ich auch relativ stark auf der Kopfhaut Schuppenflechte hatte Heute habe ich ja eine Glatze und kann die so ganz stolz präsentieren Früher hatte ich natürlich volles Haar, aber man hat trotzdem an den Haaransätzen gesehen, dass ich schon sehr stark Schuppenflechte hatte Es war mir auch sehr unangenehm damals, wenn immer im Gespräch mit jemandem die Augen meines Gegenüber so nach oben in den Haaransatz gewandert sind und so Das war sehr unangenehm, da hatte ich sehr dran zu knabbern Jedenfalls ist es so, es wurde mir irgendwann einfach zu viel Und du musst halt auch verstehen, dass du eigentlich nur am Ende dieses Entzündungsprozesses quasi wartest, um dann einfach so diese Entzündungen so ein Stück weit zu lindern Du müsstest eigentlich ein Stück weit zurückgehen, ein paar Schritte zurückgehen und dir überlegen, woher denn dieser zusätzliche Juckreiz kommt Weil da hast du einfach viele verschiedene Ansatzpunkte, Möglichkeiten, wie du das Ganze besser in den Griff bekommst Und wenn du mehr dazu erfahren willst, schau dir mal auf jeden Fall gleich dieses Video an Weil da siehst du auf jeden Fall mal gleich einen anderen Ansatz, wo ich ein Stück weit mehr spreche über die mögliche Hemmung der Entzündungen Deswegen schau es dir gerne an, danke für das Video und wir sehen uns gleich im nächsten, bis gleich Bis zum nächsten Mal